Liebe Blutspender, ich habe großen Respekt vor eurer Leistung und das, was ihr macht, ist absolut nicht selbstverständlich. Ihr spendet regelmäßig Blut und damit leistet ihr für eure Mitmenschen nachhaltig eine unbezahlbare und teilweise lebensrettende Hilfe. Diese Hilfe kommt direkt und ohne Umwege bei genau den Menschen an, die sie brauchen. Ihr könnt so stolz auf euch sein. Wir von ProSieben sind es allemal. Bitte macht weiter so. Danke. Eure Fonda